Ich bin jetzt hier bei der Kieselgruppe und da sieht man, wenn man schaut, wie tief das hier runter geht. Und da habe ich ja die Idee gehabt, wenn man hier oben rüber von Anfang an eine riesen Betonplatte spannt, am Boden, also mit Trägern und ohne Ende, dann kann man nachher unten ausfüllen und hätte da eine riesen Halle hier. Da kannst du ja alles machen. Atomkraftwerk, keine Ahnung, wenn es fünf Meter dicke Betonmauer machst, kannst du ja alles machen. Aber ein bisschen IT-Press.